ja hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen ankündigungsvideo ich habe das vorhin auch schon aufgenommen allerdings habe ich das verworfen weil die datei kaputt gegangen ist ihr seht ja ich bin ja und zwar wollte ich ankündigen dass jetzt am donnerstag also jetzt hier das müsste der 25 fünfte sein ein 48 stunden live stream beginnen soll ja ein 48 stunden live stream mit allem was dazu gehört wir werden spiele spielen ich werde single play spiele spielen natürlich noch ich versuche multiplayer spiel zu spielen alles was dazu gehört auf dem plan steht ein stream von firewatch wo wir von anfang bis ende firewatch spielen werden es steht minecraft pvp minecraft solche mini games wie hier auf dem plan ich wollte farquare 2 was ich im letzten stream hier angefangen habe zu ende spielen vielleicht wird call of duty im multiplayer gespielt vielleicht ich werde fall of new vegas was ja mein neues ja ich sage multiplayer projekt geworden ist das werde ich dann noch mal spielen ich weiß wahrscheinlich nicht bis zum ende vielleicht kommt auch noch left for dead da habe ich mir auch schon so gedachten das könnte man ja vielleicht perfekt meinen stream rein bauen aber auf jeden fall es wird kommen was kommen soll vielleicht können wir auch ganz andere dinge vielleicht schaffe ich auch mitten im stream ein ich behalte mir alle rechte vor aber auf jeden fall geplant ist jetzt am donnerstag der 25 5 1 48 stunden live stream hier auf twitch auf youtube vielleicht habe ich bis dahin auch schon hitbox eingerichtet you know ich weiß es nicht vielleicht will mich im live mit dem drachen dort man weiß nicht was in dem stream passieren wird ja ich hoffe ich sehe euch bei einem bunten programm an spielen dingen alles möglich was wir tun werden ja gut und ich würde sagen dann sieht sich bis dahin und ciao